So, damit geht's weiter. Ich bin Bilbo. Ne, nicht Bilbo. Nein, äh, wie heißt? Frodo. Frodo. Auf jeden Fall, äh, die Geschichte ist ja mal richtig geil eingefangen. Mir ist richtig cool erzählt. Macht auf jeden Fall richtig Bock zuzufangen. Also den ersten Teil vom ersten Film hab ich ein bisschen geschaut. Deswegen kenn ich den Anfang noch. Und der ist richtig gut eingefangen, finde ich. Und das sieht ja auch einfach geil aus. Hallo, guck ich das nochmal an. Das ist doch wunderschön. Ich find das richtig schön. Haben sie gut gemacht. Also, wow. Ich hab richtig Bock auf das Game jetzt, ja. Das Geile ist, finde ich, auch, dass der Bildschirm sich halt so trennt, dass wir uns eben... Du kannst hier auch mit dem rechten Stick umschauen, ne. Da kannst du die Sicht ein bisschen drehen. Wollte ich nur mal so sagen. Wir werden ihn jetzt auch erstmal ein bisschen erkunden, bevor wir hier weiterlaufen. Warte mal, was ist das denn hier? Hier brauchen wir Feuer. Hast du Feuer? Ich hab kein Feuer. Ah, du musst hier hin. Komm mal her. Ah, du hast ein Feuerzeug. Wie hast denn das jetzt aufgemacht? B. Achso, ich hab überhaupt nix. Ach doch. Schatzgepäck. Guck mal. Ich hab das Schaufel alles. Du hast dazu in der Büchse. Komm mal mit der hier hin. Wo ich bin. Äh, wo bist denn du? Komm mal hier rüber. Andersrum. Hier über die Brücke. Hier. Warte, ich komm mal kurz zu dir. Dreh mal oben in andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Dreh mal die Kamera. Dreh doch mal die Kamera. Rechts. Hier bin ich. Über die Brücke. Nehmen löschen. Die kommen auch einsam in diese Geister, Dinger. Ja, ich weiß. Aber die bringen uns auch keine Punkte. Hier. Da brauch ich Feuer. Geh mal dahin. Hier. Hallo. Hier. 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 Hier drüben, wo ich mich im Kreis drehe. Einfach draufstehen und B drücken. So, was kriegen wir da durch? Kannst du jetzt kaputt machen? Jetzt haben wir ein Feuer. Ja. Okay. Und weiter. Hä, was bringt das, dass wir jetzt ein Feuer haben? So, irgendwas muss man damit auch machen können, oder? Ah, ne. Starken haben wir noch nicht. Wir haben keinen zum Ziehen. Wir haben noch keinen starken Charakter. Ne, du hast ja nichts Starkes. Was hast du noch dabei? Ich hab nur mein Gepäck. Geh nochmal bitte zurück, bitte. Geh in B. Nochmal B drücken. Du hast eine Schaufel. Dein Typ hat alles und meiner hat gar nichts. Das ist ein... Brodo ist voll scheiße. Na, geh kaputt. Auf jeden Fall, irgendwas müssen wir doch mit dem Feuer machen können. Gibt's hier irgendwas? Warte mal. Schacke ich gleich mit der Schaufel rum. Ich mach mal hier noch alles. Nicht weiterlaufen. Wir wollen doch erstmal alles hier erkunden, oder nicht? Das geht noch kaputt. Bam, bam, bam. Ich mag kein Obst. Ich mag kein Obst. Obst ist so gesund. Bam. Schlägerei. Was machst du im Wasser? Du sollst die Alligator spielen. Ach, da ist noch was. Hä? Ne, dann kommst du doch nicht hin, oder? Wie hab ich das jetzt geschafft? Ich hab keine Ahnung. Bam, bam, bam. Das ist halt auf dem Schwein. Wie wir alle nicht wussten, Frodo ist auch ein begabter Karatekünstler. Es ist... Im Film haben sie da nur die nicht drüber erzählt. Sie fanden das nicht passend. Hör auf zu tanzen. Hör auf jetzt. Blöde Kuh. Ey, lass das. Lass es. Die tanzt hier rum. Das ist voll gegen das Gesetz. Du darf nicht tanzen. Fröhlichkeit ist nicht erlaubt. Warte mal, da ist das Tor aufgegangen. Oh. Ah, gut. Punkte, Punkte. Ich kann mit der Schaufel rum. Schon mal aufgefallen. Weil früher in Lego Time war auch so, dass man jeder für sich Punkte gesammelt hat. Wie ihr seht, sammeln wir gerade alle gemeinsame Punkte. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber gut. Jetzt. Alter. Mein Gott. Wie lange die manche Dinge hier aushalten. 50.000 Schläge. Ich hatte einmal kaputt zu geben. Du musst mal hier hinkommen. Hier gibt es verdammt viele Steine. Alter. Ich glaube, die erste Folge im Spiel steht gerade echt nur noch draus, dass wir gerade alles nicht zu klumpen kloppen. Beziehungsweise die zweite Folge eigentlich schon. Ja, man kann hier richtig viele Steine sammeln. Bam, 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 bam. Warte mal. Aber das wäre jetzt so geil gewesen, wäre das jetzt hier so eine Brücke gewesen übers Wasser. Aber nee. Ich habe mir mal so welche eine. Wo hast du jetzt das Schaf her? Da habe ich mal hier oben. Ich gebe es noch eins. Ich gebe es noch eins. Die Typen gehen mir gerade ein bisschen auf und kickst mit ihrem scheiß Tanzen und ich kann denen leider keine geben. Ja, ich gebe Leuten, wenn sie vor mir rumtanzen, immer eine. Voll in die Fresse. Das geht auch nicht. Ah, doch. Geht. Juhu. Hallo. Komm. So. Nee. Komm mal hier hoch. Was ist denn hier oben? Ah, hier bräuchten wir wieder... Warte mal. Können wir das jetzt hier kaputt schlagen mit ihm? Ich habe Hauen. Warte, komm mal hier hoch. Geht das hier mit der Schaufel? Wo bist du? Da, wo das Gelbe ist. Guck doch mal. Dreh dich doch mal bitte um. In die falsche Richtung. Dreh dich doch mal um. Weiter. 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 Da bin ich. Guckst du da durch? Aber ey, man kennt ja von Lego, dass es echt recht lineare Level sind. Aber zum Beispiel hier im Dorf. Wir haben echt ganz schön viel Bewegungsfreiheit. Hallo. Hier drüben. Guck dich das doch mal an. Das ist richtig viel, was man hier machen darf, ey. So, ich... Mach B. Als B drücken soll, du Genie A. B. Drück B. Okay, doch nicht. Mary kam mit einer Ange. Wer ist denn Mary? Du musst über die Brücke da hinten kommen, Julian. Du musst wieder zurückgehen über die Brücke. Weil ich weiß nicht, ob man das hier mit einer Schaufel machen kann. Ich bin nicht so ganz sicher. Ähm. Ja, ich warte mal kurz hier oben. Aber ich finde es schon cool. Man hat ja echt viel Platz, finde ich. Ah, da kann man speichern. Ne, Kartenstatuen. Kartenstatue entdeckt. Hobbingen. What the fuck? Ach so, gehen wir zurück. Aber da hat man hier... Ah, geil, Mann. Ach du Scheiße, das ist ein großes Gebiet. So, komm mal zurück wieder. Muss man hier kurz hochkommen. Wir haben aber echt ein großes Gebiet, muss ich echt sagen. Haben sie vier von den Henry-Filmen übersetzt? Oder umgesetzt? Und das Spiel ist echt geil. Ja. Was wir noch sagen wollten, das Spiel haben wir vom Planet Key gesponsert bekommen. Unbedingt bei dem mal reinschauen. Link ist ja sowieso in der Beschreibung. Beziehungsweise auch ein Intro davon. Hier oben. Hallo, jetzt geh doch einfach mal den Berg da. Wo hast denn jetzt die... Aber wieso findest du die ganze Zertiere? Da oben, komm da her gerade. Ja, den Weg, geh einfach den Weg lang. Geh doch. Hä? Ja, die Ziege schmeiße ich irgendwann ab, wenn du nichts machst. Hier. Jetzt komm einfach mal her, Junge. Was? Nein, du nimmst nicht die Ziege, du kommst jetzt hier hin. Komm nie voran, wenn du jetzt so weiter machst. Rechts. Jetzt geh doch einfach. Die will nicht. Nein. Da, ja. Hier oben stehe ich. Jetzt komm doch einfach her. Ich weiß mir nicht, womit man das Ding hier kaputt machen kann. Julia. Jetzt komm hier her. Jetzt können wir alles gleich nochmal. Jetzt bewegt deine Arsch hier hin. Das gibt nicht damit. Sam, hier hin. Da, mach. Nee. Hä? Wie macht man das Ding denn... Hä? Hä? Was braucht man denn dafür? Ach, das ist vielleicht ein Schatz extra in Gepäck, was wir dafür brauchen. Haben wir das noch nicht? Schade. Hätte ich schon gerne. Was passiert? Oh. Hup. Hup. Wir sind hier drüben. Nee, haben wir anscheinend noch nicht. Ich brauche es jetzt nicht gucken. Wir haben noch nichts da freigeschaltet. Gepäcksachen. Aber wir können ja in die Städte eh, wie ihr siehst. Wir haben ja gesehen, über die Map können wir da ja zurück. Und wenn wir über die Map zurückkommen, heißt, wir können das hier auch alles nochmal wiedererkunden. Richtig? Gut. So, wollen wir jetzt erstmal zur Mission hin? Oder? Hier gibt es aber noch Steine. Ja, ich weiß. Aber wenn wir so weitermachen, komme ich nie weg. Wo bist du? Ich bin gerade hier auf dem anderen Berg. Oh, ich nehme Schaf. Ich reibe mit dem Schafsenstil. Komm mit. Ich nenne dich Sam. Ich nehme das andere. Yay. Wui. 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 Hü. Wui. Wui. Ist das bescheuert? Also, wir müssen mal den Geisterstein hinterher rasen. Wui. Wui. Ich habe... Oh. Wui. 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 Ich komme nicht drüber. So, ich reite mal zu den Geister... Du blödes Vieh! Nein, schmeiß dich nach der Zeit ab. Irgendwann kannst du nicht mehr damit rennen. Könntest du jetzt mal... Kommst du nicht drüber damit? Da kommt man nicht mehr drüber. 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 Da kommt man nicht rum. Oh, vielleicht doch. Hier lang. Komm. Weg mit deinem... Hä? Oh. Ist schon mein Ziel? Du bist falsch gerettet. Das weißt du. Komplett falsch. Ich warte hier mal so lange. Ich schlag so lange den Vogelsteuer hier zum Brei. Weil wir wollen Vögel auf unseren Feldern. Genau. Ich bin für den Tierschutz. Ich bin die Peter. Und der Otto bin ich. Wieso schmeiß ich deinen Fähig nicht ab? Halt. Ah, da müssen wir hin. Warte, noch nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ich will erst mal alles kaputt machen. So, jetzt kommen wir. Komm. Warte mal. Nein, nicht warte mal. Du bewegst dich deinen Arsch hierher. Jetzt komm her. Frodo, Mary, es ist Frodo Beutley. Hallo, Frodo. Entspendet! Was habt ihr hier zu suchen? Oh! Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen. Hm? Von der Straße runter. Schnee! Boah, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? So, auf jeden Fall ein bisschen düsterer jetzt. Wir haben aber jetzt auch mehr Charaktere. Wir haben jetzt auch Mary, der zum Beispiel hier, äh, wie heißt hier, fischen könnte. Äh, fischen könnte, genau. Ich wollte nur sagen... Aber jetzt irgendeiner, der stark ist von denen. Kann irgendeiner von denen das ziehen? Das Spiel ist so behämmert, damit ein Schwein mohrt. Ja, das ist aber der Lego-Humor. Das ist in jedem Lego so, hier. Das ist ja auch gut so, finde ich. Ich will auch so einen Humor haben, sonst sind die Lego-Spiele ja nicht Lego-Spiele. Aber wir können jetzt gerade nicht springen. Wir müssen jetzt schleichen, damit der uns nicht erwischt, ne? Wir können rollen. Danke. So, warte, da vorne... Warte, vorsichtig. Wie bist du hier rübergekommen? Warte, warte, warte. Warte, B. Oh, oh. Ah, der Ring. Ah. So, B. Immer. Du kriegst mich nicht, Arschlecken. Weil er wollte mich gerade schnappen, weil ich wieder in seinem Bereich gegangen bin. So, das muss da oben rein, warte. Scheiße, du musst das nehmen, Jörn. Geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei. Geht nicht, scheiße. Gott, du lässt mich in Ruhe. Okay, warte mal. Wir müssen das da oben reinkriegen, ne? Machen wir das denn jetzt? Exit uns doch, ne? Kannst du vorbeigehen? Geh mal vorbei. Nimm mal das Teil und geh mal vorbei. Warte, halte X... Nee, X gedrückt. Du hält mal X gedrückt. Und ziel oben drauf. Oben drauf, oben drauf, oben drauf. Genau, da. Jetzt ist los. Ja, jetzt geht sein Pferd durch. So, jetzt können wir weiter, okay. Vorsichtig. Wie aber cool, dass es so eine Schleichmission hier gibt. Das ist lustig. So, da ist er wieder. Warte, warte, warte. Wir können nicht einfach so durch. Warte, 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 Julian, warte. Boah, ich hab mehr Punkte als du. Nee. Sam kam mit seiner Schaufel. Hier, grab mal hier. Hier. Was haben wir denn da für eines? So, warte, B. Wo kann ich denn... Da war grad was. Da, genau. Komisch, dass genau dort ein Felsbrocken liegt, der in den kompletten Baum fällt. Was zumindest. So, geht er wieder weiter? Da hinten ist eine goldene Truhe. Hast du gesehen? Mhm. Da müssen wir hin. Ich weiß noch nicht, wir können nicht springen, ne? Ich hab mehr steiner als du. Warte mal kurz. Oh. Warte, warte, warte. Ich hole mir das kurz. Hallo, kommst du da? Ah, gut, hast du. So, warte. Er geht weiter, gut. Ruhe. Vorsichtig. Schlag den Baum mal. Okay, rein da. Hä? Kann ich jetzt hier drin machen? Oh. Oh, oh, oh. Achtung, Achtung, Achtung. Hä? Was kann ich denn jetzt hier machen? Oh, nein! Er hat mich wieder gesehen. Scheiße. Lass mich los! Wir müssen in den Baum reinschne. Hopp, komm, komm, komm. Rein hier, rein hier. Hallo. Komm rüber. Du bist die Blondine. Warte, Blondine. Warte, warte. Okay. Wenn er jetzt wieder links ist, gehen wir rüber. Und jetzt, rüber. Rüber, 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 schnell, 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 schnell. Huch, geschafft. Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Komm mal ein bisschen näher wieder. Danke. Ich weiß, was wir machen müssen. Boah, kann der endlich mal abbauen? So, ähm, warte mal. Ich mach jetzt mal kurz das Ding hier kaputt. No, in den Tunnel. Nee, nee, warte, ich komme nicht. Hä, wo kann ich da nicht rein? Weil... Achso, okay. Der setzt... Nee, ich komme, warte. Warte. Geh, 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 geh weiter! Geh! Kann nicht! Geh jetzt! Au! Au! Geh! Boah, ich kann nicht. Ich... Höhenangst, oder wat? Weiter. Wow, wow. Du darfst nicht so stark auf Kanten drücken. Geh runter! Okay, wir können hier nicht hoch. Ups, ups. Scheiße, ich bin wieder hoch. Zu ihm. Wir müssen hier wieder runter. Zurück. Ah, warte mal. Können wir hier? Warte, zurückkommen. Uh, vorsichtig. Weh, tschüss. Tschüss, viel Spaß noch da oben. So, Jungs, weiter geht's. Sam kann jetzt seine Schaufel an bestimmten Stellen Pflanzen anbauen. Warum sollst du denn hier eine Pflanze anbauen? Hier kannst du irgendwo eine Pflanze anbauen, laut dem Spiel. Hallo, warum gehst du denn wieder rein? Du bist blöd, you man, ehrlich. Ich hab leider so ein Spiel gedrückt, außer du. Red mal wieder ein bisschen lauter. Ja. Gut. Hier kannst du eine Pflanze anbauen. Komm mal hier hin. Hast du ja Feuerzeugt in der Hand? Ja. Ja, warum? B. Ah, scheiße. Mach schneller. So, jetzt sieht er uns nicht. Okay, weiter, 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 weiter. Geschafft. Huh. Huh. Die Zeit drängt. Und Gandalf, der Graue, reitet nach Isengard und ersucht mich um Rat. Dann ist der Ring der Macht also gefunden worden. Er war im Auenland, direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Warum? Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug, Saruman. Die Zeit verrinnt schneller als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Pulo. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Zeitwand liebt Saruman der weise Wahnsinn. Vorzug vor Vernunft. Ach, ich bin jetzt eher hier. Oh, oh. Du bist da drüben, Johan. Du musst weitermachen. Mach mal Checkpoint. Speicher. So, geil. Jetzt ist jeder in einem eigenen anderen Bildschirm. Ist das cool. Du kriegst das Geilste. Tja, ich kann's halt. Du musst machen. Du musst schieben. Oh, scheiße. Das ist einfach wer. Ah, Hilfe. Um Gegenstände anzuheben. Wie soll ich denn... Was soll ich denn hier annehmen? Achso, warte. Bam. In your face. Na, was jetzt, du Penner? Ah, Hilfe. Ich seh gar nicht, wo ich gerade bin. Hallo, wo bin ich? Ah, Hilfe. Komm. Du lässt mich runter. Ah. Krieg ich nicht jetzt. Au, au, au. Hallo, bewegt dich, Opa. Ich mein Gandalf. Hilfe, oh. Hilfe, ah. Boah, ich hab das Teil, aber wie soll ich das da hinlegen? Ja, musst du nehmen. Auswählen. Jetzt musst du da... Du musst erst mal diesen Klopter, legst du da hin einfach. Das ist das Problem. Alter, wie treffe ich den Typen denn? Bam. Da reinlegen. Ja, ich hab's gerade aufs Papier. Gut. Das ist gut. Dann legst du auch da rein. Hab ich. Hast du nicht? Du hast immer noch. Geh da jetzt hin und drück mal B. B drücken. Oh, mein Gott. Jetzt musst du den Klotz verschieben. Oh, scheiße. Ich muss mich hier gerade noch immer wehren. Boah. Gut, danke. Okay, jetzt spielen wir hier wieder weiter. Moment, ich bin immer noch Gandalf. Ah, ich wollte schon sagen. Ah, scheiße. Ich muss wieder zielen, U.N. Mit X. Wie das Spiel ist hier gerade gesagt. Passt doch mal auf. Aber wie oft denn noch? Jetzt kippt er wieder oben. Bam. Aber ist jetzt nicht in die Lampe reingeb... Oh, oh. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Oha. Jetzt sind wir wieder hier. Du musst da oben hinwerfen. Da oben. Ja, ich habe... Ich weiß. Aber es ist cool, dass man so zwischen den Szenen manchmal wechselt. Hat was. Es ist schon mal cool. Hier unten musst du den... Hier musst du schaufeln, aber Pflanze anbauen. Mach mal bitte. Es ist auf jeden Fall cool, dass es so zwischendurch mal wechselt. Eine andere Szene. Dass man eben auch mal mit... Und du hast ihn besiegt. Ne, ich habe ihn nicht besiegt. Er hat mich besiegt. Also hat Gandalf eine mitgegeben. So, warte mal. Was macht das Ding jetzt? Ah, okay. Hier rüber. Was ist das hier? Ei pflanzen? Oh, oh, oh. Hier muss jemand... Warte mal. Ich gehe mal zu Mary. Odo. Pipi. Ach, ich war gerade Mary. Ah, jetzt bin ich Mary. Warte, ich muss angeln. Geh weg. Ich muss machen. Geh weg. Und... Angeln. Ich weiß noch nicht, was er fischen soll, dass wir hier rüberkommen plötzlich. Ein Schuh. Er passen. Ah, das ist so ein Minigame. Ah. Nimm mal. Ah, da drüben hin. Da drüben, da drüben. Da drüben, da drüben. Ne, geh noch ein bisschen weiter zum Wasser erst mal. Jetzt. X. Viel Spaß. So, den sind wir jetzt erst mal los. Jetzt müssen wir hier rüber. Können wir. Geh hier rein. Komm. Kommt er zurück oder nicht? Sam, komm jetzt auf. Hier, muss wieder graben. Wie jetzt? Wie ist er denn jetzt da hingekommen? Hast du was mitbekommen, wie der jetzt hier rübergekommen ist? Schieß mal da oben drauf auf den Biegenkorb. Auf den Biegenkorb. Auf den Biegenkorb. Da, da, da. Ja, mach doch. Toll. Ich muss mal ein bisschen besser zielen, du Genie. Toll. Was machen wir jetzt? Gib mal hier. Lass mich mal. Ups. Ups. Jetzt aber. Geschieht dem recht. Die Bienen sind auch. Genau, die Bienen, was? Die sind echt gut. Oh, 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 oh. Ach gut. Gut. Dachte ich mir, dass das passiert. Wollte ich auch. Schlag mal. Hä, was passiert jetzt? Was können wir jetzt hier mal machen? Hallo? Junge, aua. Julian, geh mal weg. Hä? Okay, erklären wir jetzt mal jemand, was wir damit machen sollen? Hallo? Ach, warte mal kurz. Nee. Hä? Ach so. Okay, Entschuldigung. Oh, ich liebe diese Szene. Du musst mal ein bisschen lauter reden und wieder zum Mikro kommen. Also muss ich dann nachher so spielen, viel nachregeln. Oh, oh. Oh, oh. Wart er jetzt komplett ab, oder? Wir müssen da hoch. Oha. Nimm du das mal. Werf, werf, werf. Gut. Komm, hau ab. So, jetzt kommen wir hoch. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Brav. Der schwarze Reiter hat irgendwas gesucht. Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bray. Hm. Buckenburger Fähre. Folgt mir. Oh, oh. Okay, wir müssen rennen. Ich bin der... Du bist Blondin. Wir müssen auch ausweichen und wieder springen, ne? Okay? Ja. Gib mal Gas. Kann ich schneller. Oha. Ich seh nichts. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Oh, aua, 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 aua. Was zum Garten? Wo kommt denn jetzt der zweite her? Uncool, uncool, uncool. Aua. Ah, ausweichen. Hilfe. Aua, ich wurde überrannt. Nee, das war ich. Ist okay. Aber wo kommt denn der zweite... Ich bin der... Wo kommt denn der zweite jetzt plötzlich her? Es war halt gerade nur einer. Uncool, aber... Ah, Hilfe. Freil. Wie jetzt? Das ist doch langsam ein Verarsche. Wo kommen die miteinander her? Ich vermehren sich ja während des Laufens. Haue los! Hallo! Komm schon! Schmiller! Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine-Brücke. 20 Meilen. Der schwarze Reiter. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Frodo. Auenland. Merry. Pipin. Neue Charaktere zum Kaufverfügbar. Na und, haben wir 100%? Komm schon, komm schon. Uh, was? 96! Willst du mich verarschen? Ich hab das Mais gesammelt. Du bist gerade sehr leise. Ich hab das Mais gesammelt. Das überhaupt nicht. Doch. Nein, hast du nicht. Viel haben wir gefunden. Eins wieder, ne? Jo. Level abgeschlossen. Das war auch alles. Noch ein Level? Nee, dann machen wir jetzt erstmal ne Pause. Wir gehen aber jetzt trotzdem noch kurz auf Geschichte Vorsitzung, um zu gucken, ob jetzt noch was kommt. Und dann werden wir eine kleine Aufnahme... Kommen wir trotzdem noch die kleine Level? Nein, wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Ruhe. So, wir gehen jetzt erstmal Geschichte Vorsitzung und gucken, ob jetzt noch was kommt. Nicht, dass wir euch irgendwas vorwegnehmen. Nee, kommt nichts. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vorne. Let's play. Lego Herr der Ringe. Genau, Lego Herr der Ringe. Und ich bin Level 5. Und ich bin... Ich bin... Ich bin der Julian. Der gerade leise redet? Ja. Gut. Und wir sagen mal, bis dann. Ciao.